Heiden-Pennetiere ist zurück. Ist Heiden-Pennetiere, 31, jetzt bereit, ganz neu durchzustarten? In der Vergangenheit hatte es die Schauspielerin nie so richtig leicht gehabt. Nachdem der große Durchbruch in Hollywood ausgeblieben war, hatte Heiden ihren Fokus auf Familienplanung gelegt. Doch auch die entpuppte sich als Herausforderung. Nach postnatalen Depressionen scheiterte ihre Beziehung zu Boxer Wladimir Klitschko. Und auch ihre neue Liebe zu Brian Hickerson ging nach Gewalt und Alkoholeskapaden in die Brüche. Nachdem es aufgrund dessen jahrelang still um die nur 1,53 Meter kleine Blondine war, feiert sie jetzt gestärkt ihr großes Comeback in der Öffentlichkeit. Kaum zu glauben, aber wahr, Heiden-Pennetieres Pechphase scheint ein für viele Male überwunden zu sein. Voller Tatendrang und Power zeigte sich die US-Amerikanerin jetzt erstmals wieder auf einem öffentlichen Event. Bereits am Wochenende besuchte sie ein Screening-Event von Paris Hilton in Los Angeles, bei dem deren neue Netflix-Serie Cooking with Paris gefeiert wurde. Gemeinsam mit ihren Schauspielkolleginnen Caroline Damore in Cut Graham sowie Choreografin Paula Abdul posierte Heiden grinsend und mit leuchtenden Augen vor den Kameras, so als würde sie sagen wollen, ich bin froh, endlich wieder zurück im Rampenlicht zu sein. Gewaltprozess um Heidens Ex. Mehrere Jahre lang hatte sich Heiden rar gemacht. Öffentliche Auftritte waren gänzlich ausgeblieben und auch Paparazzi-Schnappschüsse wurden zur absoluten Seltenheit. Lediglich wegen des Prozesses um ihren Ex-Freund Brian Hickerson schaffte es Heiden in die Schlagzeilen. Sie hatte mit ihren Aussagen maßgeblich dazu beigetragen, dass er für seine Vergehen, unter anderem häusliche Gewalt, zur Rechenschaft gezogen wurde. Im Mai 2021 hatte er seine ultrakurze Haftstrafe von 33 Tagen angetreten. Seitdem scheint Heiden ihren alten Lebensfrohsinn Stück für Stück zurückzuerlangen.